So, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Eko mit dem lieben Teddyumia. Hallo. Diesmal werdet wild. Oder so. Äh, Bogenjagd wild? Oh Gott. Mir ist, äh, mir ist aufgefallen, du hast ja wirklich da hinten sehr viel krassen Tabula Rasa gemacht. Ja. Liebe Community, guckt euch das mal bitte an, da ist ja gar kein Wald mehr. Der ist ja alles weg. Und ich kann mich noch so ein paar Folgen zurückerinnern, als er gesagt hat, äh, ich hab Ahornsamen, ich mach uns da Eicheln und so weiter und dann mach ich da wieder, ich forste wieder auf. Ja, 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 ist doch aufgeforstet. Jaja, aufgeforstet in Form von, es ist luftiger geworden. Aber nicht aufgeforstet von, ich mach Bäume. Ich wollte es nur anmerken, es ist okay. Wir brauchen ja Baugebiet. Vogel. So, ich hol mir jetzt erstmal ein bisschen Erde. Ich muss ein paar Dinge testen. Ich muss echt gestehen, ich bin wirklich ein Fan von deinem Salat. Ja. Weißt du, was die besondere Zutat ist? Hm? Anscheinend nicht. Nein. Ich will das, glaube ich, gar nicht wissen. Okay. Wird ja sein können. Warum ist die Soße so weiß? Es ist Schweiß. Und Bauchnabelfussel. Deswegen sind die so krossi. Mhm. Sind halt schon länger drin. Und Sehennägel. Angeröstet oder? Natürlich. Mit Bauchfett. Liebsten. So, ich suche meine Türen. Das könnte sein, dass die schon in die dazugehörigen Löcher reingewandert sind. Ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber vielleicht haben die sich ja da automatisch hinzugefügt. Dann durch Fenster. Boah, mit so einem Karren ist das so viel angenehmer. So, jetzt müssen die Lager nur noch ordentlich positioniert werden. Das wäre natürlich auch noch eine Sache. Kannst du den Dreck ins Lager packen? Ja. Cool. Oh, hier ist kein Platz mehr. Ich wollte mal so Dirt Rams bauen. Hallo. Ähm. Teddy? Ja? Ja, danke. Okay, danke. Das wäre toll. Ich kann das nicht benutzen. Hallo. Ich kann es nur nicht mit der Schaufel benutzen. Gut zu wissen. Ähm. Ich baue mal so fünf. Ich wollte runter ins Lager mal so Ramps bauen, ne? Warum sind die beiden Türen nicht im Besitz, aber die Tür gehört mir? Gehört die dir? Ah, weil die auf meinem Land steht. Ah. Ja, das kann gut sein. Aber ich habe dich jetzt berechtigt. Das mit dem Land ist eh absoluter Quatsch. Ich glaube, das hätte man wegmachen sollen einfach. Der Claim. Kann man das eigentlich re-reclaimen? So rückgängig claimen? Ups. Bagger. Darf ich mal ein bisschen im Lager rumwuseln, dass wir hier noch ein bisschen Platz schaffen? Kommen wir aufeinander. Hallo. Ich bin Rufstapler. Oha. Geh mal aus dem Weg hier. Mensch, du unnützer Mensch. Ich? Ja. Du stehst halt mitten in der Tür. Verpiss dich. Kann ich mitten in der Tür? Nein, überhaupt nicht. Dein Kadaver hat da schon nur einfach rumgehört. Ne? Gedingst. Möchte ich das jetzt nicht aussprechen. Ich fange mit P an. Hätt mit Immel auf. Hm. Okay, das ist wirklich nur eins groß. Ah. Wahrscheinlich müsste der Weg zwei breit sein, damit wir da am Karren ordentlich rankommen, ne? Hätt mit Immel aufs Fett. Uff. Hm. Muss ich mal nachdenken. Und ich wollte Mördel bauen. Hier mal aufs Fett. Oder ich mach das über den... Da haben doch gerade noch zwei Fenster gefehlt. Und die ergänzt. Hm. Oh ne, ich bin in deinem Haus gewesen. Oh, scheiß. Oh, wie sagt man dann bauen? Boah. Das Ganze ja schon mal anders aus. Hm, hm, hm. Masori Skillbook. Geologie Research Paper. Das war da oben, ne? Hm, hm, hm. Oder auch nicht. Hier. Obwohl, eigentlich wollte ich den Badger zuerst lernen, ne? Wo war denn der hier? Metzgerhandwerk. Ist das Metzgerhandwerk zuerst lernen? Was meinst du? Ich denke, das ist besser. Bei dir macht es halt mehr Sinn, weil du halt auch kochst, weißt du? Hajo. Ich bin jetzt Metzger. So, was können wir jetzt hier machen? Fellpelz, rohes Fleisch. Hm, hm. Und aus rohem Fleisch kann ich Wurst machen. Ich glaube, der Tisch steht falsch rum. Boah, gleich mal anders rumstellen hier. Huch. Wo steht denn jetzt hier ein Bett in meinem Haus? So. Ah ja, das habe ich dir netterweise einfach nur reingestellt. Das ist sehr nett. Vielen Dank, Herr Teddybär. Gerne, gerne. Ein, äh, luxuriöses Strohbett. Fleischreste. Was kann man denn aus Fleischresten machen? Hackes. Brauchst du einen Butchery Table? Nee, ich glaube, ich habe schon einen gemacht, gell? Ist schon alles hier, alles cool. So, Contract Board. Benötigen wir ein Contract Board? Weiß ich nicht. Glaube eher weniger, oder? Da, das kann ich mal machen. Eine Bank. Oh, lol. Direkt Level ab. So. Bühle. Bühle braucht das Land. Ich brauche mehr Platz. So. Dann könnten wir hier vorbereitetes Fleisch machen. Ready to cook. Okay. Rohr, Speck. Rohr, Speck. Ein roher Braten. Machen wir mal. So, wie weit sind wir hier? Können wir jetzt... Oh Gott, wo ist das denn? Äh, Masori. Mezenry. Komm mal rein da. Zu hungrig? Ich? Nee. Ich aber... Gleich. Stimmt. Me too hungry. Okay, jetzt bin ich zu hungrig. Oh, die Tür bekomme ich Gott sei Dank noch auf. Oh, ist der leckere Salat. Okay. Bin mal gespannt später hier. Okay, großfleisch. Oh, Level ab. Jetzt läuft das mit den Level, ne? Ja, ja, genau. Ich finde das jetzt ziemlich cool sogar. Boah. Tausend Kalorien, ey. So ein Lagerfeuerbraten. So, hab ich hier irgendwo was? Äh, nee. Alles cool. Ist hier alles am Schuften? Nee, hier die nicht. Wir überlegen mal so Mortar Stones zu machen. Das man hier immer mal vielleicht upgradet. Theoretisch kann ich schon mal hier so Speckmörtel bauen. Hier unten. Hier unten. weg den miss ja so wird nämlich reingemörtelt jetzt schon wieder hier irgendwo was rumgeknurre das war mein magen also ja da habe ich genau das richtige gleich für dich ok also hier muss man nachher noch ein bisschen da muss man auf jeden fall noch ein bisschen erde reinschmeißen ich würde gerne nämlich so um die werkstatt drumherum auch gehen können oder wir bauen da so eine rampe runter schon mal das ist auch eine gute idee weiß noch nicht wie breit jetzt so eine rampe ist wie weit wissen die ist die vier breit sieht so aus 4 oder du mir ist was ganz witziges im wald passiert ich bin da gelaufen auf einmal ist voll gekracht und dann kam so eine birger auf mich zugeflogen da konnte ich gerade noch ausweichen ja wenn jetzt jetzt muss ich die aber leider für wurschteln damit die nicht im weg rum liegt weiß ja ja versteht schon ist natürlich schade für die birke ja 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 war bestimmt ein elch oder so kann sein wir sind ja sehr hinterhältig ich habe den karren irgendwie festgefahren du hast den karren festgefahren und zu dir nicht noch mal ab doch aber das zeug drin drei runde oder zwei zwei müsste eigentlich reichen denke ich mal siehst du eigentlich alfredo schlafen ja nicht lösen ja wie du auf arbeit ja also manchmal natürlich nicht okay das hier ist aber ein blöder übergang da dachte ich das würde besser funktionieren gut dann sind wir wieder hier nach einer kleinen update vom server und den clients ist es halt eben passiert dass wir kurz disconnected sind deswegen haben wir einen kleinen cut hier gemacht ja aber wir sind wieder da aber es geht eh nicht mehr allzu lange würde ich sagen aber egal ne wir sind wieder hier ja und fleißig am bauen irgendwas habe ich davor gemacht ach ja jetzt kann man auch wieder da hin noch da vorne so im hübschen ausblick so komme ich von der storage chest hier rein kann ich nämlich hier nochmal ein paar von den fibers herstellen beziehungsweise krams herstellen hier wie heißt es mörtel und da können wir mal die steine schon mal anfangen weg zu schaffen weißt du oh ich bin zu hungrig zum arbeiten da gönne ich mir doch erstmal was gönne ich mir denn mal hier so einen fetten braten aber einer macht mich noch nicht mal satt ordentlich am schnabbelieren ja klar ein bisschen fett könnte ich noch vertragen so oh hast du noch einen kleinen stockpile dahin gebaut ja oh was fehlt denn hier immer nochmal dreck irgendwie hier was hat hier bretters wegen natürlich die unlocks so damit werde ich jetzt mal gucken kann ich jetzt sagen hier ein cube zum beispiel was haben wir hier noch columns floor floor roof ups oh warte mal ach so das geht nicht ist aber schade aber das würde gehen interessant sieht aber nicht schön aus brauchen so ein road tool wo war denn das ganz unten irgendwo habe ich das doch schon mal gesehen aber keine ahnung mehr wo von mining basic upgrade soo wo haben wir denn hier nochmal ein bisschen stone ist es ist ein trap ja ich würde aber sagen wir machen beim nächsten mal weiter wie sieht es bei dir aus ähm ja 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 alles klar da vielen lieben dank fürs einschalten und dann würde ich sagen bis zur nächsten runde oder bis zum nächsten mal tschüssi tschau 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 tschau